Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. April. Aggressive Obdachlose aus Mainz in Psychiatrie, SPD-Politiker-Held verliert Pensionsansprüche und Prozess gegen Terrorgruppe, Vereinte Patrioten startet im Mai. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit Jahren sorgt ein Obdachloser Mann mit teils aggressivem Verhalten für Aufsehen. Nun wurde er vorübergehend in einer Psychiatrie untergebracht, wie Andrea Keller, leitende Oberstaatsanwältin von der Staatsanwaltschaft Mainz, erklärt. Bereits seit geraumer Zeit beschäftigt der 53-jährige Städtisches Ordnungsamt und Polizei, löste in den vergangenen Jahren mehrere hundert Einsätze aus. Lange Zeit fiel er insbesondere durch verbale Ausfälligkeiten auf, Pübeleien, Herumschreien oder Spucken, teils auch durch Sachbeschädigungen. Doch ab Februar dieses Jahres veränderte sich sein Verhalten. Die Situation spitzte sich zu. Wiederholt kam es auch zu körperlichen Übergriffen. Etwa 30 Mitarbeiter von Galeria Kaufhof haben am Mittwoch die Arbeit in Mainz niedergelegt. Sie sind damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Hintergrund der Protestaktionen seien dabei festgefahrene Tarifverhandlungen für rund 17.000 Beschäftigte und der Kampf um die von einer Schließung bedrohten Filialen. Zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr hatten die Angestellten die Arbeit niedergelegt und sich vor dem Haupteingang aufgestellt. Die Filiale blieb währenddessen geöffnet. Auch wenn die Mainzer Filiale nicht geschlossen werden soll, fürchte ein Großteil der Mitarbeiter um Job und Existenz. Laut Verdi-Gewerkschaftssekretärin Petra Kusenberg werde den Angestellten nach wie vor nur ein abgesenktes Gehalt gezahlt. Zudem solle es die nächsten drei Jahre keine Lohnerhöhung geben. Die Tierschutzorganisation Petra hat nach eigenen Angaben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Mainz gegen einen Landwirt aus Kleinwinternheim erstattet. Der Organisation seien Fotos aus dem Biobetrieb zugespielt worden, auf denen Gefiederschäden und abgestorbenes Gewebe an Hühnern zu sehen seien. Die Tierschutzorganisation sieht dieses Federpicken als Zeichen schlechter Haltung an. Auch der mobile Laufstall, in dem die Tiere gehalten werden, mache einen stark abgenutzten Eindruck. Der betroffene Landwirt Ludger Schreiber erklärte, seinen Tieren gehe es gut. Einige seiner Hühner seien schon zwei Jahre alt und würden als nächstes geschlachtet. Im Winter passiere es immer wieder mal, dass sich Hühner gegenseitig wund pickten. Ohnehin werde sein Biobetrieb zweimal im Jahr vom Biolandverband kontrolliert. Auch das Veterinäramt des Kreises Mainz-Bingen sei erst kürzlich für eine Kontrolle in Kleinwinternheim gewesen. Der ehemalige Oppenheimer Stadtbürgermeister Markus Held verliert nach seiner Verurteilung sämtliche Pensionsansprüche. Der Bundesgerichtshof hatte zuvor eine Revision abgelehnt. Für Held hat das weitreichende Folgen. Da er unter anderem wegen Bestechlichkeit während der Ausübung seines Amtes zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, endet sein Beamtenverhältnis. Dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt ist, spielt dabei keine Rolle. Zudem führt die Freiheitsstrafe nach dem Rheinland-Pfälzischen Beamtenversorgungsgesetz automatisch zu einem Verlust aller Rechte als Ruhestandsbeamter. Gleiches gilt für die Versorgungsbezüge Helds als Bundestagsabgeordneter. Das Kapitel Oppenheim hat der SPD-Politiker wohl abgeschlossen. Mit seiner Familie lebt er schon seit einigen Jahren in Berlin. Müssen bestehende Öl- oder Gasheizungen jetzt schnell ausgetauscht werden? Seit ein vorläufiger Gesetzentwurf geleakt wurde, sind Besitzer alter Öl- und Gasheizungen in Aufruhr und Falschinformationen in Umlauf. Dabei heißt es auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums, es gibt keine sofortige Austauschpflicht bei Bestandsgebäuden. Wenn eine bestehende Heizung ordnungsgemäß funktioniert, kann diese weiterhin genutzt werden. Auch Reparaturen sind weiter möglich. Ist eine Heizung nur defekt und kann repariert werden, darf sie weiterhin betrieben werden. Bestehende Gas- und Ölheizungen könnten damit noch weiter genutzt werden, müssen jedoch grundsätzlich 30 Jahre nach Einbau und Aufstellung ausgetauscht werden. Diese 30-Jahres-Regel galt auch bislang schon. Die 30-Jahres-Vorgabe stammt nicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck, sondern findet sich bereits im aktuellen, von der Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel zuletzt geänderten Gebäudeenergiegesetz. Fünf mutmaßlichen Mitglieder der terroristischen Vereinigung Vereinte Patrioten wird von Mai an in Koblenz der Prozess gemacht. Die Gruppe aus vier Männern und einer früheren Lehrerin aus Mainz soll den Sturz der Regierung und die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Den Angeklagten wird unter anderem die Gründung einer terroristischen Vereinigung, die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Die vier Männer wurden vor knapp einem Jahr unter anderem im rheinland-pfälzischen Neustadt festgenommen. Ebenfalls angeklagt ist eine 75-jährige frühere Religionslehrerin in Mainz, die früher lange in Wiesbaden gelebt hat. Sie wurde im Oktober in Sachsen festgenommen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Alle Infos zu letztenfaden,